Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Vorherrschaft auf der Karte Friedhof der Giganten, die gefällt mir sehr gut, da bin ich sehr froh drüber, dass wir jetzt diese Karte hier haben. Nehmen wir mal meine Sniper-Hand mit und starten ins Geschehen, es hat gerade angefangen, wir kommen perfekt auf die Map. Tada! Gut, wir sind auf der Seite des Imperiums, das heißt wir müssen Rebellen töten, das ist eine Sache, die ich sehr gerne tue. Hä, wieso habe ich den denn gerade nicht bekommen, den Kill? Da oben snipet einer rum. Das mag ich gar nicht. Oh Gott, hier sind viel zu viele. Hier sind viel zu viele. Da sind viel zu viele. Ich verstehe nicht, wo ist mein Team? 20 gegen 20? Wie können die Rebellen da mit... äh... 8 Mann oder so auf einem Fleck sein? Komm her. Von uns ist kein Mensch da. Sauber reingepflogen, Junge. Bis es... Aber ich meine sowieso immer, die Karte ist leider ein bisschen unfair. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Denn, auf Rebellenseite gewinne ich hier auch einmal im Spielmodus Vorherrschaft. Ich habe das Gefühl, dieser Stützpunkt in der Mitte, der ist unheimlich leicht einzunehmen für die Rebellen. Ah, das sind einfach zu viele. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die haben ja noch direkt den Respawn da. Du kannst einfach nichts machen. Aber, ihr kriegt jetzt erstmal direkt eine Rakete ins Gesicht, wenn ich gleich die Gelegenheit dazu habe. Nachdem ich hier dieses Power-Up eingesammelt habe. Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr soweit seid. Übernehmen einen Kontrollpunkt. Komm, wir müssen Druck machen. Druck, Druck, Druck. Schön erobern. Schön erobern hier. Kannst aber nicht sterben. Wir haben es erobert. Nice. Nice. So. Jetzt direkt Druck nach vorne. Schön nach vorne. Oh, komm schon. Wo kommst du her? Wo hast du dich versteckt? Hinter welchem kleinen Krippelstein, du kleiner Camper. So, jetzt haben wir allerdings ein bisschen Vorteil im Kleinen. Ja, du bist auch so ein Arschloch. Komm schon, ich hole euch. Ich hole euch alle. Ich hole euch alle, habe ich gesagt. Sieh dir an. Wie die Ratten kommen sie aus ihren Nestern. Aus ihren Spawns. Bekrochen. Und du bist die größte Ratte und die hässlichste. Da oben. Du kriegst jetzt eher einen ins Gesicht. Oder du bist schon tot. So, wollen wir mal weitergehen. Oh, da hinten sind sie wieder. Die ganzen Ratten. Weg mit dir. Dreckiges Viehzeug. So. Oh, da ist es. Da läuft einer. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Aber es sind schon wieder drei Respawn. Ja, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Jetzt, da wir jetzt den Respawn vor dem Schiff hier haben. Haben wir, haben wir es ein bisschen leichter als eben. Aber es ist schon echt schwer, jetzt hier den nächsten Punkt einzunehmen. So, wo sind sie denn, die ganzen? Sind alle da hinten am rumcampen? Und jetzt machen sie hier einen Orbitalangriff auf uns. Ich glaube, es geht los. Ich versuche mich jetzt hier außen rumzuschleichen. Oh, da ist einer. Das ist doch mal ins Gesicht, Junge. Und da ist direkt der Nächste. Du kriegst es auch ins Gesicht. Ja, merkt man schon für drei. Da ist auch schon wieder einer. Mein Blastergewehr ist für sie unsichtbar. Auf dem Radar. Und dann kommt einer von hinten. Ah, Merkmalstufe drei. Ich liebe sie. Aber leider konnte ich sie gar nicht ausspielen. Da oben. Du musst weg. Du musst weg. Und du hast noch ein AP. Du bist ein... Du bist ein Arsch. Du bist ein Arschloch. Kommt schon. Kommt schon. Die sind immer drei gegen mich. Was soll ich da machen? Guckt es euch an, wie viele es sind. Und dann schieße ich auch noch genau durch Dunk Third Person in diesen Metallpumpel da rein. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Egal, wo ich mich zeige. Ich bin sofort in Unterzahl. Und werde sofort ins Visier genommen. Sonst werde ich von da beschossen. Ich muss sie auf jeden Fall weg. Ich habe eine ganz, ganz schlechte Position. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Wie sie am Campen sind da in ihren Dünen. Ja, im Moment sieht es nicht gut aus für uns. Im Moment sieht es nicht gut aus. Ach Mist. Jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Sie sind nämlich hier schwer im Kommen. Jetzt geht mal weg. Seht ihr nicht, dass ihr da von der Seite ins Visier genommen werdet, ihr Holzköpfe? Und da hinten läuft auch schon einer rum. Oh Gott. Du musst weg. Du musst weg. Oh, du bist dieser Hässliche wieder. Ich kenne dich. Ich kenne dich, mein Lieber. Du bist der Hässliche. So nenne ich dich ab jetzt. Der Hässliche. Klebt der noch? Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Aber ich sage doch, das sieht nicht gut aus für uns. Oh Gott. Das sind einfach zu viele. Ich kann mich gar nicht entscheiden, auf wen ich schießen soll. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ach, jetzt haben wir ja auch noch Skywalker. Die sind gerade sowieso schon so am Drücken. Ah, jawohl. So, weiter geht's. Ich muss unbedingt den Punkt hier halten. Die sind hier ganz, ganz mies am Kommen gerade im Moment. Ach komm schon. Du musst weg da oben. Witz. Du kommst auch weg. Da sind doch bestimmt noch ganz viele, oder? Euch hole ich mehr. Hier sind doch bestimmt ganz viele, oder? Die laufen durch. Was auch immer sie sich davon versprechen. Die wollen hier die Spawn-Kills machen, so wie es aussieht. So was kann ich ja gar nicht leiden. Das ist das Ende von Skywalker. Skywalker ist schon wieder tot. Was für ein Idiot. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Leute. Ihr habt mir gerade den Arsch gerettet. Fieks voll in die Fresse und dann kommt wieder einer von rechts. Oh, was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Vielleicht kann ich's mal... Wow, wow, wow. Wagen vorzudringen, wollte ich gerade sagen, aber... Boah, wir werden schon... Wie ist es beschossen von da hinten? Die Rebellen besetzen einen Kontrollpunkt. Ihr müsst... Warme, Junge, voll ins Gesicht. Aber dann... Hä, da hat mir einer einen One-Shot gegeben? Wie geht das denn? Uh, nein. Nicht das Verlieren hier. Nicht den Kontrollpunkt verlieren. Jetzt so kurz vorm Schluss. Schöne Granate. So, jetzt... Jetzt kommt's drauf an. Die letzten zwei Minuten. Da ist der Hässliche. Eigentlich will ich den Hässlichen. Oh, jetzt hab ich zu lange gewartet. Da war ich... Hatte ich Luxusprobleme. Ich wollte mir den richtigen Gegner aussuchen. Mein Erzfeind. Das gibt's ja wohl nicht. Ich muss auf die andere Seite. Ich muss da rüber. Ja, wir haben schon die ganze Zeit Gegenoffensive. Da ist er wieder, der Hässliche. Oh, er ist auch noch ein Feigling. Ein hässlicher Feigling. Okay, euch hole ich mir. Ach komm, dann kennt er der Nächste. Kann doch nicht sein, ey. So, aber der Spawn. Ich bin direkt wieder da. Guter Spawn hier. So, jetzt direkt über das Hügelchen. Und dann wollen wir mal sehen. Oh Gott. Komm schon. Ich hab getroffen. Oh, wir sind schon gesehen worden von da hinten. Das ist die Frage. Wie komm ich hier am besten raus? Ich muss da runter. Wo sind die Gegner da unten? Und von rechts, ja. War mir klar, dass ich vielleicht von rechts erschossen werde. Ich hab die schon gesehen aus dem Augenwinkel. Die sind ja die Stat 27-12. Und Hans-Solo, da. Ich hab aber keinen Bock, mich mit Hans-Solo abzugeben. Ins Gesicht, Junge. Oh, dann schießt der mir wieder von hinten ins Kreuz. OMG Le Paul. Ist das nicht... Haben wir jetzt nicht dauernd mit dem zu tun? Ich meine, ich spiele nicht das erste Mal gegen ihn. So, aber das ist sein... Das ist jetzt sein Todesurteil, oder? Ah, das sind einfach zu viele. Und dann Hans-Solo auch noch. Aber, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Komm, einen hole ich noch. Einen hole ich noch. Ah, dann werde ich noch geholt im letzten Moment. Na gut, liebe Leute. Das soll's gewesen sein für diese Episode Star Wars Battlefront. Battlefront, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao. Euer Silent.